Was geht, meine Lieben? Ja, the what's up. Wir sind heute bei Olli Pocher und dafür habe ich ein ganz ganz besonderes Outfit an. Schaut rein. Oh mein Gott, du musst da nicht glauben, damit das, was du denkst, wahr wird. Warum bekomme ich jetzt gerade so harte Depressionen? Wir gehen jetzt zu seinem Friseur, zu dem er immer geht. Bisong Kaki Kaku. Da ist er. Wie ist dieser Ausschnitt? Der Ausschnitt mache ich größer gleich. Noch größer? Warte mal, ich mache 100 Prozent bis hierhin. Sicher? 100 Prozent. Du weißt, du trinkst sowas. Wir machen mein Ding. Aber nur hier eigentlich schon gut. Besser, besser. Das zieht ein und dann wird es erst. Das ist doch kein Lack am Monaco. Du bist richtig schwarz, ich will auch hören. Ohren, oh mein Ding. Stehen nicht. Warte kurz, mach. Man merkt, der ist Friseur, der ist kein Ding, Designer. Ich bin ein Schneider. Heide, Kollege, danke. Danke. Du hast richtig Eier, das was du dich traust, jetzt gerade. Also wirklich. Ich schäme mich sogar, die Kamera erst gleich zu halten, damit ihr seht, was ich meine. Gebt mal die Kamera. Mancher muss dann für seine Träume kämpfen. Ich schäme mich so sehr. Ach schon, oder? Warte, was ich mit dir mache, wenn wir da da reinstehen, wenn die ganzen Leute... Wer hat alles Depressionen? Ich hab indische Psychologisch studiert. Ich küsst meine Füße und legt eure Stirn an mein Knie. So wie diese indischen Große. Die ist so ein Kackgelack, ja. Hm? Da hättest du heute extra gekommen. Wenn du Fragen hast, kannst du mich jetzt fragen. Ich würde auf der Bühne keine Fragen. Ich sehe gerade die Bühne und das ist auch da. Ich sehe gerade die Bühne und das ist auch da. Das ist alles. Aber die Schließung, die Schließung. Ich dachte, wir waren die Partnern dort. Wie sieht das gerade? Das ist in der Fall. Ich hatte gehofft, wir sind mit Partnern dort wieder da, aber das hat sich faked. Später vielleicht. Sehr gut. Ich spüre die Energie auf deinen Bauch. Ist das auch in Italien oder wo kommst du her? Ähm, ne, mein Name ist Rieson. Läufig Rieson? Nein. Nein. Ähm, nicht. Wo kommt denn Internet aus? Passt mich. Passt mich an. Wuuuuh. Warum läuft das? Ja, ihr seid ja kurz vom Turm auf. Das redet man dann länger. Wir. 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 So kann man es auch ausführen. Dann Toi Toi Toi. Du kannst auch noch ein Ja? Nein. Nein. Kulischstück. Kulischstück. Oh. Genau. Das war halt nicht. Nein. Vielen, vielen Dank, dass ihr heute Abend in Schreinfurt waren. Dankeschön. Wir kommen wieder. Ja. Und jetzt sind zu, dass wir auf dem Parkplatz kommen. Nur jetzt sind schnell raus. Und wir möchten ihn jetzt aufhören. Aufhören. Dankeschön. Dankeschön. Ich habe versucht, meine Energie zu geben, weil ich gemerkt habe, er ist schwach. Und ich habe es geschafft. Ich bin jemand, der positive Energie sucht und wir haben ihn nicht umsonst hier. Bison Katikaku. Hier ist er. Neben dem, ja, dem Typen, der den Dalai Kama sehr ähnlich sieht und sehr gut kennt. Vielen Dank. Viel Erfolg euch. Also dir. Folgt Lessem. Bison Kakiluke ist back. Versteckt eure Frauen aus. Versteckt eure Frauen aus. Meine Schatzis, danke fürs Zuschauen. Das war unser Vlog von heute. Passt auf euch. Danke euch. Salamu alaikum. Und Armin. Mach deine Mucke. Mach deine Mucke.